Wie ist der Shen? Oh, falsche Leute, schon wieder. Da werden noch einmal Drogen gelöst. Drogen point. Ah. Sauber. Tresor im Anmarsch. Wie komme ich da hin? Hey. Hier fahre ich. Ich muss hier anhalten. Ja, ich habe Licht angelassen. Es tut mir leid. Ah, zu früh gedrückt. Sieht aber vorher schon aus, als wir nicht zuschlagen wollten. Nächster. Kein Wohan. Du? Nächster. Nächster. Ah, das tankst du auch nur du. Der Nächster bitte. Ich fände so geil. Tschüss. Mein Tresor. Lassen wir ihn in Ruhe. Ja, hier. Ihr braucht auch gar nicht mehr ankommen. Ist der gerade ein Wagen, oder? Hier gibt es keinen Kaffee mehr. Schau dir mal rein. Ach so, ja. Ist aber ein sehr stabiler Tisch. Okay, was? Ja gut. Dann. Wenn die das sagen. Dann lege ich mich mal schlafen. Vorher nehme ich immer noch mal schnell den Drogen. Kommt hier mit. Äh, die sind Drogenratze hergedöst. Wo ist denn das? Ah, wahrscheinlich hier unten. Waffi Lager. Waffi. Oh. Das ist ein. Nächster. Nächster. Sag mal. Jetzt. Du kommst zwar schön mit hier, aber wenn ihr will, dann mit dir. So, ich brauche hier mal ein Messer von euch. Danke. Oh! 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 Ich hab doch! Ah, komm! Oh! Oh! Da komm! Das soll jetzt nur noch einer sein. Da komm! Und das war's. Lauft alle weg, lauft alle weg. Okay, 2000, bisschen ansehen. Das finde ich immer so schwer. Volle Konzentration. Hallo! Welche Zeit ist denn nun? Jetzt. Schmäre hier Risiko. Passt! Gut. Wo ist die Kamerasteuerung? Da geht's da. Down! Erstmal das andere hacken. Jetzt auch noch das hacken. Unfassbar! Ja! Tausche ich mal. Hier 4, da 1. Also kommt die 1 hier hin. Und das ist bestimmt die 8. Verdammt! Wie viel Suche habe ich noch? 2. 7. Ah, dann ist es die 9. 1. Alles klar. Auf geht's! Oh, jetzt ist ein bisschen Blut an der Wand. War ich nicht. Ach, hier laufen wir mal automatisch auf die Seite. Weg! Weg! Platz da! Ich muss mich schlafen legen. Das Spiel sagt, ich muss mich nicht schlafen legen. Fast eine halbe Million. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Klar. Kann man sich auf jeden Fall gut von dem Auto leisten. Du musst der Gesundheit schreien. Da oben. Ach, da habe ich jetzt keine Lust drauf. So, ich muss eh in die Richtung. Na gut, dann halte ich noch mal ständig an. Was ich eh gerade hier bin. Weg! Weg! Jetzt kann ich meinen Namen rufen. Es liegt ja auf dem Weg. Außerdem brauchen wir dann nur noch einen. Oh, dann gibt's ein schönes, neues, gesundes Luftwaffe. Ja, ja, ja. So, jetzt habe ich auf die andere Wettung. Jetzt spring mal rauf. Okay. Weiter geht's. Ja, weil ich fahre richtig gut. Konzentration. Oh. Ich weiß nicht, was da ist. Dieses Kaminer. Dieses bekloppte Navi. Das ist so unglaublich. Erst dort ist es wieder da lang. Jetzt dort ist es wieder hier lang. Das ist ja auch mal gleich. Stattdessen erstmal in die eine Richtung. Dann hier in die Richtung. Dann auf dem Highway. Oder wie heißt das eigentlich? Das ist ja auch mal geil. Tunneluntersuchung. Willst du bitte hilf mir? Hey! 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 Das war eigentlich nicht so geplant. Ja! Ja! Das wollte ich doch auch gar nicht. Ja! Wo ist nur mein Auto? Jetzt ist mein Auto weg? Warum? Ach man! Oh, ist es noch 500 Meter? Da schnau ich mir doch gleich mal den Lieferwagen. Ja! Mein Auto ist weg. Ich brauche ein neues. Ich wollte es doch gar nicht, dass der stirbt. Ich wollte ihn doch einfach mal wegschaffen. Jetzt hat er den automatisch in die... Mülltonne... Mülltonne... In die... Dings... In die Telefonzelle gehauen. Aber wenn man mit so Schlägern... Gegen Schläger kämpft. Und die dann mal wegschafft. Passiert das nicht. Naja... Es tut mir leid. Es war nicht mit Absicht. Warum stirbt er eigentlich auch gleich? Wenn man ihn da so ein bisschen in den Müll... Mülltonne sage ich jetzt wieder. In die Telefonzelle tritt. Dann kann er gar nichts ab. Also gut. Ich möchte mich jetzt noch nicht schlafen legen. Sondern erst mal... Das Überwachungssystem benutzen. Das ist bestimmt er. Oh. Ein positive ID oder Suspekt. Top. Goil. Upgrade. Erwitter Ramschaden. Oder... Rückschusskompensator. Ich... Nehme das. Das gefällt mir besser. Das heißt noch... Nach 3... Ach ne... 1, 2, 3, 3... 4, 5... Noch 5 Stufen. Also bis 10 geht es... Dann... Ist es voll. Ok. Schlafen legen. Dieser Mann möchte in. Er muss mir etwas Blut zeigen. Ich zeige dir deine richtigen Farben heute. Du bist ein Hilfiger des Waldes. Okay, ja, einmal schlecht geträumt, darauf erstmal eine Runde Gesicht waschen. Okay, geht es danach ein bisschen besser. Okay.